Wer regelmässig in der Natur die Ruhe sucht und Erholung, Spass oder neue Energien findet, kennt auch die Gefahren, die all die verschiedenen Gelände mit sich bringen. Egal ob beim Wandern, auf der Jagd, bei Hochgebirgstouren oder mit dem Bein. Es gibt Risikofaktoren, die ausser unserer Kontrolle liegen. Umfälle passieren, eine falsche Schrift. Die Energiereserven falsch eingeschätzt, einen Moment nicht aufmerksam sein und wir finden uns weit weg von der Zivilisation in einer Notlage. Hey! 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 Die Chance, dass mir hier ein Werk gehört, ist gleich null. Und mit dem Nachteil habe ich hier keinen Empfang. Im Wald habe ich zwar Empfang, wenn ich Glück habe, aber in den Bergen ist auch das nicht selbstverständlich. Und falls der Notdraff doch abgesetzt werden konnte, ist in den meisten Fällen kein Verlass auf GPS-Daten oder Ortungsmerkmale. Das ist schwer zu suchen extrem und aus der Luft kann so trotzdem nur auf sich gesucht werden. Je nach Gelände, Wetter, Tageszeit oder Kleiderfarbe ist die Chance extrem klein, dass man die vermisste Person rechtzeitig oder überhaupt findet. Hier kommt der R-Marker zum Einsatz. Der R-Marker ist ein analoges Rettungstuhl, das in jeder Situation funktioniert. Also egal, ob du im Wald, am Berg oder im Eis bist, der R-Marker ist jederzeit einsatzbereit. Er ist leicht, kompakt und einfach zu mitnehmen. Und je nach Einsatzbereich in verschiedenen Modellen erhältlich. Ausgelöst wird der R-Marker durch eine Vierteldrehung am Auslöser. Nachher steigt der R-Marker bis zu 45 Meter in die Höhe. Dort schwebt er, falls nötig, bis zu drei Tage lang. Der R-Marker ist das fliegende Pannendrieg für alle die, die sich in früher Natur am Wohlsten fühlen. Der R-Marker ist auch ein wertvolles Markierungstuhl, wenn man zu zweit unterwegs ist. Wenn am U-Fallort kein Handyempfang ist, kann die verletzte Person markiert werden und die andere Person geht Hilfe holen. Egal, wie die Sichtverhältnisse sind, der Ballon, der grossen SOS draufsteht, den sieht man schon von Weitem. Ja, er leuchtet sogar. Das macht auch drei Personen möglich, die Unfallsituation zu erkennen und einen Notruf abzusetzen, falls es der verunfallten Person noch nicht möglich war. Das macht es dem Rettungsteam wirklich einfach, eine verunfallte Person schon aus der Ferne zu horten. Und kann im Ehristfall wertvolle Zeit bei der Suche einsparen, was die Überlebenschance stark steigen lässt.